Es zischt und pfeift und dann geht's los. Heute wie vor über 100 Jahren. Die Geschichte der Dampfbahnen hat hier in Sachsen eine lange Tradition. Ein einzigartiges historisches Bahnnetzwerk, das bis heute die schönsten Ferienregionen des Landes miteinander verbindet. Sachsen ist erstmal grundsätzlich ein Land der Eisenbahnen. Die große Fernbahn zwischen Leipzig und Dresden 1837, eine sehr frühzeitige Entwicklung. Und die Regionen wurden erschlossen durch Schmalspurbahnen mit einem sehr dichten Netz, von dem sehr viele noch erhalten sind, im Gegensatz zu anderen Regionen Deutschlands. Und diese zusammen zu knüpfen, das ist die Aufgabe der Dampfbahnroute Sachsen. Die Tradition der Dampfbahn bewahren, die touristische Mobilität vorantreiben und das Netzwerk der Partner ausbauen. Das gelingt den sächsischen Eisenbahngesellschaften mit Erfolg. Rund zwei Millionen Gäste nutzen die Angebote der Dampfbahnroute jährlich. Auf einem 700 Kilometer langen Streckennetz verbindet die Route Sachsens Tourismusziele. Ob Dresden und das Elbland, Chemnitz und Westsachsen oder die Oberlausitz und Niederschlesien. Mit der Dampfbahn können Reisende die Vielfalt der Region erleben. Und das im Tempo der guten alten Zeit. Das Langsame hat mir wirklich gut gefallen. Und auch das Poltern, das ist was Sinnliches. Ich finde das einfach ein wunderbares Erlebnis. Der Dampf, die Technik, die Gegend, die Umgebung. Man sieht ganz andere Orte, Stellen, die man so mit dem Auto ja nicht kennenlernt. Das ist die alte, robuste Technik, die läuft und läuft und läuft und ohne Computer und ohne alles funktioniert das. Die Dampfbahn beflügelt den Tourismus in der gesamten Region, bringt die Gäste direkt in die Orte. So entstehen ständig neue Kooperationsmodelle zwischen der Bahn und Partnern in den Hotels, der Gastronomie und der Wellnessbranche. Über 140 Kooperationspartner machen schon mit. Also ich denke, die innovative Sache besteht darin, dass die Einzelaktivitäten gebündelt werden. Wir haben Bahnen, wir haben Schiffe, wir haben Touristen, wir haben Regionen, wir haben Orte und Städte. Jeder hat eine Top-Marketing-Abteilung. Wir bei der Route bündeln diese Aktionen. Jeder denkt über seinen Tellerrand hinaus. Andere bewundern uns, wie wir das in Sachsen machen. Mit Volldampf und Tradition in die Zukunft. Der Marketing-Award Leuchttürme der Tourismuswirtschaft geht in Sachsen an die Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft und ihre Dampfbahnroute. Der Darwin ist der Punkt im Auftrag MDR Wir probten Sie zerstörung so obsession. Ganz im Auftrag MDR und wir versuchen die Moż- ere altz bits zu verhindern. Wir versuchen die Ver decade觸 Persönsowania SUBaid zu machen. Es ist sólo die Erzählung, weil wir in der Markt nicht immer noch in der máuformerne sind – es ist nicht so schwierig, aber wir travelled aus und wir nicht so aus. Und du hast den Weg zu n 함께 l Out! Und bei der Welt fast besser! Da ANTM!